Hallöchen und willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Beim letzten Mal haben wir das gemacht, was wir auch wirklich machen sollten, und zwar das Leuchtfeuer im Turm von Ishal, oder wie auch immer der heißt, zu entzünden und danach wurden wir von Flemeth gerettet, als eine riesige Horde dunkler Brut uns umzingelt hat und angreifen wollte. Was dabei aber auch noch passiert ist, anstatt seinem König zu helfen, ist sein Heerführer Loghain einfach verschwunden und hat ihn quasi im Stich gelassen. Als Ergebnis hat unsere Armee, die gute Armee, den Kampf verloren. Der König ist tot, Duncan ist auch tot, verdientermaßen, als alter Mörder. Ja, und wir haben jetzt quasi die Aufgabe, das kann ich euch mal zeigen, und zwar die Hauptaufgabe, unsere Verbündeten, die Verträge, die wir haben, unsere Verbündeten einzufordern. Und zwar in Redcliffe, die Zwerge aus Orsama, was war das? Genau die Dalish-Elfen und die Magier. So, als kleines Geschenk wurde uns von Flemeth noch Morrigan mitgegeben, das wir natürlich gerne angenommen haben, weil die ist eine mächtige Zauberin. Und ja, zu dritt machen wir uns jetzt auf den Weg, um dann mal dafür zu sorgen, dass zum einen Loghain irgendwie für seinen Verrat büßen muss und wir die Verderbnis aufhalten können. So, jetzt kann ich hier... Das habe ich das letzte Mal irgendwie übersehen. Ich gehe mal direkt wieder... Oder kann ich nicht nach Ostagar? Ich dachte, man kann wieder zurück. Hm, schaut nicht so aus. Na gut, dann gehen wir da hin. Wo wir hinkönnen. Ja, das, wenn passiert, das sind so Zufallsbegegnungen. Das ist dann entweder... Ich bin mal kurz still. Und ich hoffe, dass jeder von euch diese Leute verabschiedet hat. Wir müssen das was verloren an Ostagar, und schnell. Es gibt die, die sich an die Städte zu verabschieden haben, wenn wir sie verabschieden haben. Wir müssen diese Darkspawn-Incursion verabschieden, aber wir müssen das sensiblich und ohne Hesitation zu machen. Ihr Lordship, wenn ich zu sprechen. Sie haben sich als Queen Hanora regent, und sagen wir müssen uns unter Ihren Banner für unser eigenes Wettbewerb geben. Aber was ist die Armee verloren? Ihr Verabschirm war sehr... fortuitös. Alles, was ich habe getan hat, ist für Ferelden's independence. Ich habe nicht verabschiedet mit dem Throne, und keine von euch. Banorn wird nicht auf dich, nur weil du es bemerkst. Entschuldigung. Ich werde keine Gefahr zu dieser Nation von dir, oder von jemandem. Banteigen, bitte! Deine Majestin, dein Vater hat eine Kirche, wenn Eamon hier wäre. Banteigen, mein Vater machte was am besten. Er machte was auch am besten für dein Vater, Deine Majestin? Dahu. 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 Ja, das kannst du aber vergessen, Kollege. Ja, bevor ich dir jetzt hier platt mache, was ich sagen wollte. Also diese kleinen Zwischensequenzen oder auch solche kleinen Scharmützel, wie wir jetzt haben, das sind einfach solche Random Encounters, solche Zufallsbegegnungen, die einfach hin und wieder auf unseren Reisen passieren können. Manchmal ist es eben ein Video, um die Geschichte voranzubringen, manchmal ist es irgendein Kampf oder manchmal sind es auch so Nebenquesten, die man irgendwann mal aufgenommen hat und dann passieren die halt einfach so. Kann man dann gar nichts dagegen machen. Ja, und um die Familienverhältnisse mal zu klären. Also die Frau, die wir jetzt am Schluss noch gesehen hatten, war die Ehefrau vom König Kaelin, der ja gestorben ist. Und dieser Logain ist eben der Vater von der jetzt Königin. Und das hat später dann auch noch Relevanz. So, jetzt. Ja, hier haben wir den Hund. Das ist der Mabari, den wir geheilt haben. Den können wir dann mit aufnehmen in unserer Gruppe. Bevor wir den aufnehmen, machen wir die mal richtig kaputt. So, das ist aktiv. Ich bleibe jetzt erst mal stehen. Lass mich tun. Zack. Sorry Hund, aber... Zack. Genau, damit haben wir jetzt auch eine magische Kombination freigeschalten und entdeckt. Also eine andere weiß ich auch noch. Das werde ich später bestimmt auch noch irgendwie rausfinden. Aber diese Schmiere und Feuer, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, kann dafür sorgen, dass es so ein lustig schönes Feuerwerk gibt. So, jetzt gucken wir mal, wie viele da noch leben. Genau, du machst den mal kalt. Ich hau auch den drauf. Zack, zack. Die verbrennen wahrscheinlich. Also ist der hier da der Schlimmste. So, und den lassen wir auch gar nicht bis zu uns kommen. Und wir hatten dann mal vor, bis zu uns zu kommen. Oh doch. Ja, der freut sich uns zu sehen, ne? Ja, wegschicken will ich nicht. Nein, ich rede jetzt ganz lieb mit ihm. Ich glaube, er war da draußen, zu dir zu schauen. Er hat dich entschieden. Barbaria ist so, wie das. Sie nennen es das Sprinten. Wird das, dass wir diesen manchigen Beest haben, die uns jetzt übernommen? Wunderbar. Er ist nicht manchig. Ja, den wollten wir schon immer haben, den Hund. Genau. So, jetzt kann ich ihm Namen geben. Wunderbar. So, und nachdem ich ja ein Nerd bin, und der Hund beißt, mache ich einen Bite draus. So. Party Approval? Genau, so. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Mit Zustimmen oder weniger Zustimmen, je nachdem, wie wir uns entscheiden. kann es passieren, dass unsere Begleiter uns mehr mögen oder weniger mögen. Wie schon gesagt, ey, mit dem Alistair will ich nicht laufen. Der Alistair ist eher der Gute und die Morrigan ist eher so die pragmatische, teilweise so ein bisschen böse. Das werden wir jetzt dann auch, wenn wir in der nächsten Stadt sind, wo wir eigentlich hinwollten, werden wir das recht bald sehen. So, haben wir jetzt alles? Jo. Dann geht's weiter. Das war's für heute. Das ist mein Freund, das kannst du dir mal vergessen. Genau, das soll es mal auf deinen Kollegen hören. Keine Fahrzeuge, und dieser sieht armiert. Der Toll betrifft an alle, Henrik. Deswegen ist es ein Toll, und nicht, sagen wir, eine Refugee-Taxe. Oh, genau. Auch wenn du kein Refuge bist, hast du noch Geld. Na, fragen wir mal weiter. Ja, für den Aufbau der Imperial Highway. Das ist ein bisschen ein Müll, nicht wahr? Ja, dem glauben wir natürlich nicht. Nicht viel, was dir überrascht wird, ich sehe. Es ist nicht wirklich ein Toll. Wir werden dich robben, du siehst? Oh, du bist doch ganz schlau. Ich hätte das verstehen können. Na, du kriegst nichts von mir. Ich kann nicht sagen, ich bin froh, dass du das hörst. Wir haben Regeln, du weißt? Ja, genau. Wir müssen dann dein Kulte abholen, aber das sind die Regeln. Woher gehen wir nicht hin? Lass uns das abholen, Leute. So, ja. Geh mal weg mit deinem Kodex und ich seh nix. So, okay. Ich mach das. Du lehnst dir mal damit. Ja, genau. Passt schon. Ja. Oh, okay. Was ist das da? Oh, der haut mir an. Du kannst da auch ein bisschen train life. Brauchen wir nicht. Ja, das probier ich noch mal. Oh, 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 oh. Sollte ich aber schnell handeln. Vielleicht nur ein Stückchen weggehen. So, jetzt kriegst du wieder Feuer. Nein, das geht jetzt nicht. Noch ein zweites Mal. Zack. So, ich hab nicht mehr viel Mana. Das ist echt blöd. Ich brauch unbedingt mal Mana tränke. Dann hast du noch ein bisschen mit. Okay, das ist zu schnell. Das kannst du mal vergessen, Kollege. Ja, ich bin ein Kriminein. Ich verabschiede es. Ich entschuldige. Ja, Entschuldigung, abgelehnt. Nee, den wollen wir nicht als Soldaten haben. Aber erst mal holen wir uns alles, was er hat. Ja, das ist schön, wie er noch brennt, hä? Und stürt ihn nicht mal. Ähm. Ich könnte ihn auch verpetzen. Ich nehm da mal mit. Ja, und? Ich könnte ihn auch hier umbringen. Nee, ich nehm mit. Ich gehe nicht nach unten, ohne einen Krieg. Oh. Ja, so ist es dann. Ich kann nichts zaubern. Die können es auch zaubern. Oh, ich will mich nicht schützen. Ich muss schon mal ein Stückchen nehmen. Was kann denn mein Hund eigentlich alles? Der kann jaulen. Das bauen wir jetzt nicht. Oh. Oh. Okay, so jetzt gibt es wieder hoffenweise zu lesen hier und eine Quest zu haben auch erfüllt. Wir können mal gucken, was das war. Das hier ist auf jeden Fall Lothering. Genau, hier wollen wir uns mal ausruhen und neu ausstatten. Okay, ja, und von hier aus geht es dann einfach weiter. Okay, wir haben hier einen Templer-Scheimer gefunden. Und der hat eine Notiz dabei. Mal schauen, die können wir ja bestimmt irgendwo abgeben. Also, hier ist es. Well, da ist es. Lothering. Pretty as a painting. Ah. Ja, die zwei, die sind immer so, das ist echt sehr lustig. Ja, was wolltest du denn sagen? Ich hätte gesagt, wir sollten uns erst mal ein bisschen umhören. Aber wir müssen entscheiden, was unser General Plan ist für nachher, nicht wahr? Ich denke, was Flemeth suggeriert hat, ist die beste Idee. Diese Treatise, hast du sie gesehen? Natürlich. Ja, nachdem er der Ältere ist, frage ich mal, warum man das eigentlich auf uns abwälzt, diese Entscheidung. Ja, fragen wir mal, was die so denkt. Ja, das ist leider nicht so einfach da, den Logain direkt anzugreifen. Also, wir müssen quasi erst diese ganzen Verträge einfordern, bis es dann mal soweit kommt. Also, vorher lässt uns das Spiel das gar nicht machen. Hm. Ja, das letzte. Hm, ich bin eigentlich mal neugierig. Ich bin nicht sicher, dass ich das gar nicht mag, aber wir haben keine Wahl in der Sache. Natürlich haben Sie eine Wahl. Sie können run und vergessen, es geht um alles, lassen die Darkspawn machen wie sie wünschen, bis andere Grey Warden kommen. Wenn sie kommen. Das ist das, was Sie sagen, eine Wahl? Es ist nicht eine gute Wahl, aber es ist eine Wahl, aber es ist eine Wahl. Wir alle wählen unseren Weg, selbst wenn es so ist, dass es nur eine Richtung gibt, wo wir gehen sollten. Wie enlightenend. Auf jeden Fall, ich bleibe mit dir, was du entscheidest. Ja. Ich kann dir Direktungen geben, wenn du möchtest. Hm, ich will als erstes zu den Magiern eigentlich, aber andererseits, dann fragen wir es mal hier, dass wo der ist. Wenn er nicht in einem Feld mit seinem Armee ist, wird er wahrscheinlich in dem Palais in Denerum sein. Wir können zu Denerum gehen, aber ich glaube, dass sie uns nicht einfach nur umdrehen lassen lassen. Nur eine Überraschung, natürlich. Ja. Also, wo diese ganzen Leute sind, dass sie mir dann auf der Karte dabei auch mit denen jetzt irgendwie nett fragen. Dann hast du einen Plan. Gut. Let's head into the village, whenever you're ready. Okay, dann. Wie immer, erstmal alles abzoomen, alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Gibt's ja noch ganz bestimmte Nebenquests. Ähm. Ich habe ein Wunder, Alistair. Wenn du mich möchtest. Ich habe eine Wahl? Von den zwei von dir, bist du hier nicht der Senior Grey Warden? Ich finde es interessant, dass du einen anderen zu führen, während du folgst. Du findest das sehr interessant, oder? In Wahrheit, du gehst an einen neuen Rekruten. Ist das die Politik des Grey Wardens? Oder einfach eine persönliche Sache? Ja. Was willst du hören? Das ich lieber folgen? Ich mache es. Du klingt so sehr defensiv. Könntest du irgendwo in einen Busch und sterben? Das wäre großartig. Danke. Ja. Das wird's noch das ganze Spiel übergeben. Zumindest solange die zwei irgendwie zusammen sind. Und schreien. Und schreien und schreien ihre Zutaten. Es ist schade, wie hilfreich sie sich herumschreiten. Weg an den... Zack, 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 zack. Nichts in der... Bei mir! Zack, 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 nichts mehr... Aufgaben! Mushrooms! Hier gibt's nichts mehr... Google-Raisons, das ist nicht schlecht. Geh mal in die Stadt! Wenn du eine Schaut auf eine安全 Schaue... Dann sag ich dir, es gibt preserving nichts mehr... Geh mal, wenn du kannst. Es ist ein Mann, die Lotharien ist verloren. Vielleicht finden Sie das, aber es ist wahrscheinlich nur ein Gefängnis. Wir haben die Flüchtlinge aus dem Süd für die letzten zwei Tage. Die Chantre und Tavern sind voll zu füllen. Es gibt einfach genug Essen, um sich herum zu gehen. Wir Templarinnen können gar nicht nur aufsuchen. Du bist besser auf in der anderen Seite, mein Freund. Ja, danke. Beste Glück, wo auch immer du gehst. Ja, warum sollte ich dir denn bitteschön helfen? Es ist nur das Geheimnis. All diese Cretinnen würden das gleiche in seinen Schoen, aufgrund der Chance. Ich habe limited Supply. Die Leute entscheiden, was diese Supply sind für sie. Du hast die meisten von diesen ganzen Menschen gekauft. Jetzt fliehen sie für ihre Leben. Und du willst Business? Schau, Stranger, ich habe 100 Silvers, wenn du diese Rappel auskommst, erst mit dem Priester. Ich bin ein ehrliches Merchant, nichts mehr. Ja, das ist jetzt eine dieser moralischen Entscheidungen. Hm, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mich für den entschieden. Und ja, das Einzige, was da jetzt hinten rauskommt, ist, dass entweder der Alistair mich mehr mag oder die Morrigan. Aber ich meine, er hat Recht und sie hat auch Recht. Das ist gar nicht so einfach, die Entscheidung. Aber in so einer Krisensituation, dann stelle ich mich mal... auf die Seite der Priesterin. Hm. 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 Ich versuch's mal mit der F4. Ja, ja, ja. Da sieht man mal. Ja, Alistair mag mich jetzt gar nicht dafür. Komischerweise. Aber Morrigan mag's nicht. Oder gibt's halt ein paar solche Entscheidungen in dem Spiel? Sonst tue ich ihn erstmal... Na, vielleicht auch nicht. Beklauen, wollte ich sagen. Dann tue ich ihn verkaufen. Ja, okay. Zeig mal, was da ist, Kollege. So, obwohl... Hm, ne, hebe ich mal auf. Ich weiß ja, was noch passieren wird. Das tue ich weg. Auch nix besonderes. Mach ich auch nicht. Bolzen, brauche ich auch nicht. Den nehm ich mal auf, das Langschwert. Da verkaufe ich mal einen. Da hab ich jetzt nämlich zwei davon den Bogen. Wie gesagt, ich weiß ja etwas, was ihr noch nicht wisst. Oder vielleicht wisst ihr das auch und wollt's einfach nur sehen. Aber zack, zack. Huch, nein, das nicht. Das kann doch nicht mal der Alistair tragen. Okay. Der bringt nix. Also mal ein bisschen was. Ähm... Oh, da hab ich aber ganz schön viel von so... solchen Schurken-Sachen. Runen... Ah, das kann ich dann gleich mal ausprobieren. Ich glaub, die Morrigan ist so eine, die auf bisschen Schmuck steht. Wie man sieht, zeigt sie ihr Äußeres ja sehr gerne. So, und wenn das dann ist es halt verschwendet, schau mal. Einfach mal so aus Spaß. Ein schöner Geschenke. Du hast mein... Danke. Bitte schön. Und siehst du, was ich da vorher... Minus drei gemacht hab, hab ich jetzt wieder plus eins... äh, zwei. Ja, quatsch, mich nicht voll. Es ist nicht viel, aber mach mal ein bisschen was. Ja, ja. So, warte mal. Da war da noch ein bisschen was. Das brauch ich noch nicht. Das brauch ich noch nicht. Das... Hey, weg damit. Das brauch ich auch noch nicht. Das hebe ich noch mal auf. Ich könnte mal... Ich könnte mal... ein Fläschchen gebrauchen. Hast du nicht. Okay, weiter geht's. Dann... Die Chancen sind noch immer mit ihrem Bord... ...und... ...und... ...das ist eine Dedication. Widerziehen. Also, tschau tschau. Jawohl, Mampfi. Ach ne, du heißt ja nicht... Byte heißt er jetzt. Wo ich mit meinem Gauner gespielt hab, hab ich ihn Mampfi genannt. Drum wird es wahrscheinlich öfters passieren, dass ich jawohl Mampfi sage. Also, äh, tschau tschau. Dann...